Gut, soviel zum Thema, also... Also, wie gesagt, ähm, ja, das ist schön, das ist nämlich schon das Endspiel, quasi. Ich glaube, das will ich noch nicht, ähm, was bedeutet, wir müssen... Wir müssen... Wir müssen... Da, 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 ganz gefährliche Sachen wieder erledigen. Ähm, mir fehlt noch, mir fehlt noch eine Cheat-to-Seite, die finde ich jeder drin irgendwo. Ähm, jetzt ist nur die Frage, wo ich hier die restlichen Puzzleteile finden kann. Kann ich mit dem Hübs... Alter, das wollte ich ja gar nicht, naja. Ähm, wir werden hier mal kurz in den Keller gehen. Nein. So. Und mal schnell den Staubsauger töten. Weil ich meine, ich habe jetzt so viel Energie, beziehungsweise ich kann ja fast nicht mehr sterben, weil ich Autoregeneration bei der Energie drin hab. Diesen bösen Cheat. Aber ich, hey, ich hab so viel Cheat-to-Seiten gefunden, also... Das hat nichts mit Cheaten zu tun. So. Aber wir gehen in den Keller, um das Kellermontzer zu töten. So. Gut, wir haben alle Energie, die es gibt. Aber wir gehen so auch mal in den Keller, ich glaube, ich bin falsch. Natürlich bin ich falsch. Klar bin ich falsch. Könnte ja nicht richtig sein. Huch. Ähm... Nicht ideal. Huch. Sollte ich ja gar nicht. Wollte ich auch nicht. Ich wollte eigentlich... Wollte ich den da machen. Ja. Nur um zu gucken, ob hier irgendwas Interessantes vielleicht ist, was mir was bringen könnte. Aber aus meiner Sicht sieht das natürlich nicht so aus. Hauptsache, ich lass mich hier immer an knapp und weißt du gut, dass ich mich hier jetzt nie wieder hoch, oder? Ah, doch, hier ist ne Leiter. Moment. Töten! Ne. Okay. Naja, so, dann eben... Ja, hier. Kletter, 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 kletter. Darunter, kletter, kletter. Was ist das? Toxic Waste. Ach, ich schön. Alles so Gift, Gasabfälle und so und seugs. Finde ich gut. So, aber wir müssen hier rein. Hey. Bitte ein Bär. Ja, und du wirst jetzt recycelt. Ja, ist kein Problem. Kanadteier. Oh. Oh. Nein. Sauge ein. Na, ha, ha, ha. Ka-ching. Oh, habe ich dich einmal getroffen? Ja, und da lasse das begegnen. Ich bin wirklich leicht entzündlich. Ja, das weiß ich, finde ich gut, dass du leicht entzündlich bist. Nein, jetzt wirft er wieder zu tolles Schrauben, Zeugs. Na komm, ja. Du auch. Ähm, du auch, habe ich gesagt. Ich hoffe nur, dass nichts passiert, wenn ich jetzt die Cheats anhabe, weil aus Legenden hört man ja, wenn man in Banjo-Kazooie zu viel gecheatet hat. Das war jetzt nicht gut. Dann hat Grunty einfach den Spielstand gelöscht, ne? Was auch nicht cool ist. Ja, so geht das ja nicht. Na komm schon. Nein. Alter. Ja, es kann sich nur um Tage handeln, Leute. Das ist kein Problem. Wir schaffen das. Wir kriegen das hin. Zack. Zack. Und zack. Wow. Komm. Yay. Ka-ching. Oje. Wenn ich vielleicht mein Gewicht einsetzen würde. Hast du schon probiert? Wo ist ich erst hinter dir her? Ja, du komische Trommel. Komm schon. Ach ja. Knall. Oh, oh. Wo? Nein. Komm, das schaffen wir. Ja. Fromm. Fromm. So war das nicht geplant. Wo ist mein Notschalter? Ja, das ist nämlich jetzt das Geile. Seht ihr das? Ist ja wohl überhaupt die größte Frechheit überhaupt, ne? Ich bleibe einfach mal hier stehen. Irgendwann wird sie schon zu saugen anfangen. Nein. Ja, super. Was war jetzt eigentlich los? Ich muss mich jetzt so was von bescheuert anstellen, damit ich das jetzt, damit ich hier jetzt sterbe. Ach komm schon. Ich hab das Ei doch fast geschossen. Alter. Also da haben sie sich wirklich selber übertroffen, in diesen Empos. Rein von der Unfairness her, ne? Seht ihr das? Ich will doch nur schießen. Alter. Das darf ja wohl nicht wahr sein. Wenn ich das jetzt ohne dem Leben-Cheat gemacht hätte, ich hätte, glaube ich, den Controller schon quer durch den ganzen Raum geschossen. So, bleiben wir lieber hier. Komm. Ja, das geht sich nämlich ganz knapp aus, wenn man hier so transparent, sag ich ja. Wenn man hier so diagonal steht zu so dem Ding. Oh. Nein. Alter. Komm. Ja. Nein, das geht sich wieder knapp nicht aus. Schieß. Banjo, schieß. Alter, ich will... Ah. Ja, ich wäre... Ich hätte... Ich glaube, ich hätte echt irgendwas getötet. Ich hätte bei Rare angerufen und hätte mich persönlich beschwert über diesen Boss. Ja, klar. Wisst ihr? Ich finde es ja echt genial. Das geht sich vom Timing her alles genau überhaupt nicht aus. Der Boss wäre so schon schwer genug, aber es müssen ja diese elektrischen... ...ähm... ...Bodenfliesen auch noch sein. Wer sich das einfallen lassen hat. Und ich mache immer wieder denselben Fehler. Das darf ja wohl nicht wahr sein. Verdammte Scheiße. Entschuldigung. Jetzt habe ich eh schon den Ultra-Cheat-Mode drin, dass ich keinen Schaden nehme. Oder ich nehme schon Schaden, aber das Leben wird langsam wieder aufgefüllt. Ja, Gott sei Dank. Ich weiß so nicht, wie ich das es geschafft habe. Ich habe einfach wild herumgedrückt. Ach ja, jetzt machen wir das nochmal. Natürlich. Du tolle Tonne. Flieg herunter. Ja. Jetzt bringen sie blöd herum. Ah, jetzt fliegt sie wieder in die Mitte. Das ist okay. Weil jetzt kommt wieder der Sauger. Stirb. Ja. Und die Tonne ist kaputt. Oje, meine Tage erschmelzt. Sie sind gesheelt. Ach, wie cool. Jetzt wird alles kaputt hier, oder wie? Ach ja. Interessant. Ach ja, ja, da bekommt man das Puzzleteil noch nicht. Natürlich. Da muss man noch eine... Wahrscheinlich jetzt auch noch mit Zeit, oder? Ach, wie süß. Anscheinend bin ich ziemlich schwer verletzt. Ach, zu traurig, wo ist unser Preis. Also kann ich bitte sehr... Ah, toll. Eine... Eine... Kazooie-Sprungplatte ist der Preis. Ist das etwa alles? Gemast Witze. Hab ich... Kommt ja wieder raus. Ich habe mein Puzzle hinter dem... Großen Ventilator versteckt. Er könnte es jetzt ohne Probleme holen. Mist. Warum kann ich nicht einmal meine große Klappe halten? Hihihi, wie cool. So, okay. Also es sieht so aus, als hätten wir jetzt den schwierigsten Boss im ganzen Spiel besiegt. Ich behaupte jetzt einfach mal, der ist der schwierigste Boss im ganzen Spiel. Ja, und dann gucken wir mal, wo wir jetzt überall hinkommen. Alter, wie hoch geht das hoch, bitte? Ja, ja, das sind... Also da... Ohne der Treppe wäre ich da nicht mehr hochgekommen. Gut. Und ich kann da rüber. Also könnte theoretisch... Wenn die Kamera mitspielen würde, wäre es wahrscheinlich auch nicht so schwierig. So, klar. Eine Cheat-To-Seite. Die letzte Cheat-To-Seite im Spiel, würde ich sagen. Oder? Aha! Ja, ich habe wieder fünf. Das bedeutet, ich kann mir jetzt wahrscheinlich den Unverwundbarkeits-Cheat holen. Nein, wenn schon nicht runterfallen. Boah, die Kamera macht mich... Die macht mich echt wahnsinnig. Zeitweise. Also nicht immer, aber zeitweise. So. Und raus da. Jetzt können wir da auch rüber. Da hinten sind Noten. Alter, ich habe da hinten Noten liegen lassen. Ich bin da noch nie... Alter. Jetzt glaube ich es dann bald. Juhu. Und... Wo sind wir hier? Hier, glaube ich, war ich noch nie. Kann das sein? Ja, hier war ich definitiv noch nie. Hier sind Gegner... Da. Da. Ah, hier war auch noch einer. Komm hier. Mach wie schön. So. Jetzt machen wir das mal kurz alles mit etwas Logik, damit ich auch weiß, wo wir... schon waren und wo nicht. Wo ist das Posten? Ja, gehen wir da mal rein. Ach, ja. Ist das hier wieder? Ja, aber klar. Moment. Das ist echt... Das ist echt interessant hier. Ich meine... Ist wieder so ein merkwürdiger Raum. Ich hätte wahrscheinlich nie auf den Knopf drücken dürfen. Der Knopf hat mir alles zerstört. Meine ganze... Mein ganzer Spaß an der Freude. Komm her, Banjo. Geh mal mal mit Banjo allein. Weil ich glaube, eventuell... Ich meine... was zu tun. Ja, wo kommen wir da hin, wenn wir da hingehen? Äh. Äh. Wahrscheinlich kann ich hier nicht mal rauf mit dem Bier. Alter, ich sehe nichts mehr. Interessant. Ne, doch nicht interessant. Ja, schön. Wir sind ja in einem Belüftungsschacht. Und ich habe keinen Plan, wo es hingeht, weil... Ja, jetzt. Ich weiß schon, wo wir sind. Da, wo das... Yay. 900 Noten. Ja, warum bin ich jetzt... Warum bin ich jetzt wirklich mit Banjo alleine gelaufen? Das ist eine gute und auch berechtigte Frage, zeitweise. Ich hätte den Schalter nicht drücken dürfen. Der, der das Wasser steuert. Oder der war doch irgendwie irgend so was. Du, 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 du. Oh, mein, der kann Banjo mit dem Hüpfsack. Ne, nicht mit dem. Oh, oh. Ja, gehen wir da nochmal rein. Vielleicht kann Banjo ja diesen lustigen Hüpfsack auch als Floß verwenden. Ne, doch. Alter, das geht. Wieso sagt mir das keiner? Ja, dann ist ja alles gut. Dann weiß ich, wie wir an das nächste Puzzleteil rankommen. Ach, wie schön. Ja, gut, dann, ähm, das haben wir. Das ist schön. Dann fehlen ja eh nicht mehr so viel. Oder was fehlt ihr da noch? Vier Puzzleteile und ein Chincho fehlt noch. Puh. Ja, vier Puzzleteile, das ist schon noch etwas, ne? Oh, je, je, so. Ja, rauf, 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 rauf. Gaut sein, ist da hell. Ein kleines Stück zumindest. Gut, wir haben endlich dieses schreckliche Monster besiegt. Da bin ich sehr froh.